Natürlich noch eine Spekulation, der Prozess hat noch nicht begonnen. Am 25. März geht's los, zugeschaltet aus Washington, US-Korrespondent Michael Willenweber. Aber wie teuer könnte das für Donald Trump werden? Naja, der Prozess jetzt am 25. März, also der Schweigegeldprozess, der wird ja nicht teuer, aber der könnte ihm natürlich tatsächlich Zeit hinter Gittern am Ende bringen. Aber der Prozess, oder das Urteil, was wir alle hier in den USA heute erwarten, das könnte sehr, sehr teuer werden, sagt der Richter, ja, er muss 370 Millionen zahlen, wie die Staatsanwalt fordert, dann kommt es darauf an. Legt er die Cash auf die Theke oder muss er unter Umständen das hinterlegen? Denn selbst wenn er Berufung einlegt, das Geld muss abgesichert werden, dafür gibt es Sicherungsfirmen zum Beispiel, die könnte er anrufen. Die fordern aber meistens rund das Doppelte dann dessen, was eigentlich abgesichert wird, um auf Nummer sicher zu gehen. Mit den 83 Millionen aus einem anderen Prozess wären das dann schon 450, das Doppelte 900 Millionen, die nicht gezahlt werden müssen, aber die blockiert werden würden. Und das würde ihn natürlich massiv dann am Ende treffen. Noch schwieriger wäre es, wenn ihm untersagt wird, tatsächlich weiterhin Geschäfte zu betreiben in New York, was ebenfalls im Raume steht, dann wäre er finanziell in New York ziemlich am Ende. Das wäre die finanzielle Todesstrafe, sagen da Analysten für Donald Trump, also ein Verfahren, was er auch nicht oder ein Urteil, was er auch nicht als Präsident einstampfen lassen könnte oder sich Immunität erteilen lassen könnte, sich selbst begnaden lassen könnte. Das ging alles nicht, weil es kein föderales Verfahren ist, sondern eins in New York und da wäre er dann oder da hing er dann tatsächlich in den Seilen. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Die Anleitung Die Anleitung Die Anleitung Die Anleitung Die Anleitung Die Anleitung Die Anleitung